So, moin Leute, willkommen zu diesem Ankündigungsvideo hier, und zwar geht es heute um die Wand bei Freaks4U Gaming. Ihr seht ja, Max ist schon mit dabei. Und damit die Wand bei Freaks4U Gaming im Studio genauso cool wie die Ghetto-Wand hier von Max, die er ja schon seinen eigenen nennt, müsst ihr natürlich auch Fanpost jetzt an Freaks4U Gaming direkt schicken. Genau, hier ist die Adresse. Wir blenden einmal hier die Adresse ein, genau, auf unseren Händen. Also da schickt ihr am besten jetzt die ganze Fanpost hin. Und ich würde sagen, wir blenden auch einfach mal ein kleines Bild ein, wie denn die Wand um den Scharen aussieht. Von der Wand, genau. Von der Kamera, können wir auch ein Bild einblenden. Können wir auch eigentlich. Und ja, also schickt auf jeden Fall fleißig die Fan... Die Zuschauer wissen ja nicht, wie Kameras aussieht. Das stimmt. Woher denn auch? Ja, wir können auch ein Kamerabild einblenden. Ach doch, durch deine Brille jetzt können sie es vielleicht... Ihr könnt hier spiegeln, ich kann ganz nah rangehen. Aber dann ist es, glaube ich, unscharf. Dann seht ihr... Na, ist es wahrscheinlich unscharf. Aber ihr könnt dann vielleicht sogar sehen. Silhouetten. Und ja, also die Adresse habt ihr jetzt. Wichtig, Fanpost direkt an Freaks4U Gaming, an Max und an Maxim. Und ja, ihr seht ja schon, wir haben hier richtig coole Location. Wir sind einfach tausend Grad. Es ist tausend Grad heute. Und da kommt sogar ein Boot. Vielleicht können wir da Boot nochmal zeigen. Fünf Millionen Grad. Sollen wir da Boot nochmal zeigen? Ja, wenn das hier direkt vorbeifährt, dann warten wir eben nochmal. Dann warten wir jetzt. Stehen wir nochmal ganz cool rum. Alter, das ist tausend Grad warm. Das Gitter ist... Also heute ist echt bestimmt 35 Grad, oder? Ja. Ohne Scheiße, es läuft ja ohne Ende. Wir haben auch lange Hosen an. Ja, richtig am Höhen. Wir kommen gerade nicht aus der WG, sondern wir haben woanders geschlafen. Und hatten einfach noch von gestern, vor dem Dreh... Da brauchst du, da musst du einfach lange Hosen anhaben. Peric nicht, aber... Ach doch, du sitzt ja auch am Schluss auf dem Sofa. Ja. Weil auf dem Sofa sieht man einfach, wenn da einer mit kurzem Hosen oder in Boxster-Shirt spült man ja normalerweise. Das ist dann schön kacke. Nee, das Boot fährt ja nicht direkt. Das geht ja auch gar nicht so. Ach doch. Ich hab gesperrt. Hier ist so ein Hafen. Ich glaub, das Boot windet. Ja, das kommt nicht. Ich glaub, das Boot kommt nicht. Schade. Okay, dann... Dann würd ich sagen, hau mal rein. Ihr habt die Adresse, schickt gleich Sie an den Spixing Gaming. Eure Pott und ja, dann haut rein.